Die Zahl 3 ist in Märchen eine magische Zahl. Ich zeige Ihnen anhand von drei Praxisbeispielen, warum die eigenständige Version Mercalli S.A.L. die eigentliche Königin ist und die Plug-Ins nur ihre kleinen Kinder. Ich bin Thomas Wagner von der Filmpraxis. Die Plug-Ins der Mercalli 5 Suite bieten viele Möglichkeiten. Bestandteil der Suite ist aber auch die eigenständige Version S.A.L. Standalone. Vielen Anwendern ist leider gar nicht bewusst, welche Vorteile darin schlummern. Bestimmt werde ich auch Sie in den nächsten Minuten überraschen. Legen wir los. Praxisbeispiel Nummer 1. Ich habe hier einen Clip auf der Timeline liegen, der verwackelt aussieht, aber tatsächlich einen sehr starken CMOS-Fehler beinhaltet. Das sehen Sie hier deutlich am Zittern. Normalerweise ist das für Mercalli kein Problem. Doch hier haben wir es mit einem echten Härtefall zu tun. Ich versuche zunächst das Problem mit dem Echtzeit-Plugin zu lösen. Dazu gehe ich auf Effekte, ProDat und wähle hier Mercalli RT aus. Das kennen Sie wahrscheinlich schon. RT steht für Realtime, also Echtzeit. Ich öffne das Plugin mit einem Doppelklick. Da sich die Kamera im Moment nicht bewegt, wähle ich die fixierte Kamera und spiele das Ganze mal ab. Das sieht etwas beruhigter aus, aber das Zittern ist weiterhin deutlich zu erkennen. Ich verändere die Option etwas und lasse einen größeren Zoom zu und spiele den Clip noch einmal ab. Jetzt hat Mercalli RT deutlich in das Bild hineingezoomt, aber das Zittern ist weiterhin gut zu erkennen. Ich mache mal einen Side-by-Side-Vergleich. Dazu wähle ich hier unter Ansicht Horizontal vergleichen. Hier auf der rechten Seite sehen Sie die Verbesserung von Mercalli. Auf der linken Seite sehen Sie das Original. Und hier ist schon zu erkennen, dass es etwas ruhiger geworden ist, aber mit dem Ergebnis bin ich natürlich überhaupt nicht zufrieden. Wenn Sie unser Praxisbuch zur Mercalli Suite gelesen haben, dann wissen Sie bestimmt, dass man zunächst die CMOS-Korrektur ausführen sollte. Das habe ich jetzt in meinem Fall noch nicht gemacht. Das hole ich jetzt nach. Ich lasse den Mercalli RT-Filter hier auf meinem Clip liegen und wähle jetzt zusätzlich noch hier die CMOS-Korrektur. Ich achte darauf, dass die Reihenfolge so ist, dass die CMOS-Korrektur oberhalb der Stabilisierung liegt. Und jetzt schaue ich mir das Ganze noch einmal an. Ich stelle hier den horizontalen Vergleich zurück auf das Ergebnis und starte den Clip. Und auch hier kann ich erkennen, dass das Zittern weiterhin im Bild ist und ich bekomme jetzt hier Probleme im Abspielen. Das sehe ich hier an der roten Linie. Ich gucke mir jetzt mal die Option im CMOS-Fixer an und hier stehe ich noch auf Superschnell. Das möchte ich jetzt verbessern. Dazu stelle ich hier auf Präzise um. Damit ändert sich hier unten auch die Methode. Bei Rand vermeiden wähle ich jetzt mal aus. Ich achte darauf, dass ich unter Remap-Modus kubisch angewählt habe, denn das sichert mir in der Regel das beste Ergebnis. Ich spiele das Ganze noch einmal ab. Und jetzt sehe ich schon hier an der Puffergröße, dass ich das nicht mehr in Echtzeit abspielen kann. Der hintere Wert ist 5. Das kann ich verbessern, wenn ich das Fenster schließe. Aber auch hier kann der Clip nicht mehr in Echtzeit abgespielt werden. Das liegt daran, dass die Berechnung natürlich jetzt deutlich intensiver ist. Ich gehe nochmal in die Optionen rein, denn ich habe noch eine Möglichkeit, die Berechnung zu verbessern. Und zwar kann ich den Sensor ermitteln lassen. Dazu gehe ich hier auf Schätzen. Jetzt versucht der CMOS-Fixer hier Informationen über den Sensor herauszufinden und wird nach der Analyse die Ergebnisse in die Berechnung einfließen lassen. Der Wert hier vorne hat sich jetzt verändert. Ich schließe wieder das Fenster, um genug Pufferbilder zu haben und spiele den Clip ab. Aber auch hier bin ich nicht in der Lage, eine Echtzeit zu erreichen. Ich muss das Ganze also erstmal rendern. Dazu gehe ich hier oben auf Rendern und wähle Sequenz rendern. Der Clip ist jetzt berechnet worden. Das sehen Sie hier an der grünen Linie. Ich gehe wieder an den Anfang und spiele den Film ab. Jetzt kann der Film in Echtzeit wiedergegeben werden, aber Sie erkennen hier deutlich noch das Zittern im Bild. Und jetzt bin ich hier mit meinen Plugins am Ende der Möglichkeiten. Mehr kann ich nicht machen. Zum Glück gibt es aber Mercalli SRL. Ich habe jetzt Mercalli 5 SRL gestartet. Das ist eine eigenständige Version, die unter Windows läuft. Diese muss extra installiert werden. Das Schöne ist, sie ist Bestandteil der Suite, muss also nicht extra gekauft werden. Wenn Sie die Suite nicht haben, können Sie die SRL-Version auch als Einzelprodukt erwerben. Das sieht jetzt alles hier komplizierter aus, als es ist. Denn diese Version arbeitet mit schlauen Algorithmen. Das Wichtigste ist, dass Sie die richtigen Grundeinstellungen festlegen. Und diese finden Sie hier oben in diesem Bereich. Hier gibt es zum einen die Rolling Shutter Korrektur. Das entspricht grundlegend dem CMOS Fixer, also dem Plugin. Dann haben Sie hier Kamerafahrt glätten. Das ist nichts anderes als Mercalli RT oder Mercalli Pro, also die Stabilisierung. Und hier kann ich noch die verwendete Kameraoptik auswählen. Ich lasse jetzt hier mal die Rolling Shutter Korrektur auf Standard stehen und wähle als virtuelle Kamera die fixierte Kamera, um auch einen besseren Vergleich zu haben. Und bei der Kameraoptik wähle ich hier die GoPro Hero 3 Wide. Denn damit ist diese Aufnahme entstanden. Hier unten blinkt schon ein Balken. Ich werde aufgefordert, das Material zu analysieren. Das mache ich jetzt im nächsten Schritt. Und jetzt fällt schon auf, dass die Analyse und die Berechnung deutlich schneller funktionieren. Ich spiele den Clip einmal ab. Und jetzt sehe ich, dass auch hier das Zitter noch deutlich enthalten ist. Ich könnte jetzt hier versuchen, unter Einstellungen verschiedene Parameter anzupassen. Diese würden sich aber auch mehr auf die Stabilisierung auswirken. Und hier ist ja keine verwackelte Kamera das Problem, sondern ein CMOS-Fehler. Und jetzt gibt es einen großen Unterschied zu den Plugins. Denn ich kann hier bei der Rolling Shutter Korrektur noch verschiedene andere Optionen auswählen. Darunter die intensive Reparatur. Und diese Methode gibt es nicht in den Plugins. Ich werde jetzt hier gleich aufgefordert, neu zu analysieren. Ich gehe jetzt aber erstmal in die Einstellungen rein. Diese finde ich hier unten. Und hier habe ich die Möglichkeit, eine ganze Reihe von zusätzlichen Parametern einzustellen. Ich wähle hier die höchste Einstellung. Das wäre sicherlich für diesen Clip nicht notwendig. Aber ich möchte es dennoch hiermit versuchen. Ich starte die Analyse erneut. Jetzt sehen Sie schon, dass das etwas länger dauert. Denn Mercalli SRL guckt jetzt ganz genau hin, wie der Sensor funktioniert und versucht, Fehler zu korrigieren. Die Methode der intensiven Reparatur ist sicherlich keine Standardmethode. Denn die Berechnung zeigt hier wirklich deutlich nach oben. Ein Tipp an dieser Stelle, es macht durchaus Sinn, bei längeren Clips erstmal einen Trim-Bereich zu definieren mit einem Start- und einem Endpunkt. Und nur ein paar Sekunden berechnen zu lassen und zu schauen, ob das Ergebnis dadurch besser wird. Die Analyse ist jetzt beendet. Ich gehe an den Anfang und spiele den Clip ab. Und jetzt ist gut zu erkennen, dass das Zittern deutlich weniger geworden ist. Ich vergleiche mal das Ergebnis mit dem Original. Auf der linken Seite sehen Sie das Original, auf der rechten Seite das berechnete Ergebnis. Das ist schon ein sehr deutlicher Unterschied. Ein Vorteil von Mercalli SRL ist also, dass Sie damit auch Härtefälle bearbeitet bekommen. Als nächstes würde ich diesen Clip jetzt hier aus Mercalli SRL heraus exportieren und dann in EDIUS wieder importieren. Ich komme jetzt zu meinem zweiten Praxisbeispiel. Hier geht es um den Vorteil der Geschwindigkeit. Ich habe hier in EDIUS 10 Videoclips importiert und diese möchte ich jetzt stabilisieren. Das geht am besten, wenn ich erstmal alle markiere, diese auf die Timeline ziehe und jetzt ebenfalls die Clips hier mit dem Gummiband markiere. Und jetzt lege ich von Brodat Mercalli Pro auf einen der Clips und damit wird der Filter automatisch auf alle gelegt. Und jetzt sagt mir hier die Software schon, dass eine Videoanalyse erforderlich ist. Das ist klar. In Mercalli 4 und Mercalli 5 habe ich den Vorteil, dass ich hier oben auf Tools gehen kann und dann kann ich hier direkt die Stapelverarbeitung starten. Jetzt sehe ich schon, dass das Ganze relativ lange dauern wird, denn in der Gesamtzahl werden hier knapp sieben Einzelbilder pro Sekunde berechnet. Das ist nicht besonders viel. Das liegt daran, dass das Material in AVCHD vorliegt, also im H.264 Codec. Und dieser ist auch für EDIUS nicht so trivial zu bearbeiten, in Bezug auf Mercalli. Eine Möglichkeit wäre, das Ganze hier zu beschleunigen, wenn ich das Material vorher in den Cresswelli Codec umrechnen würde. Ich stoppe an dieser Stelle die Aufzeichnung und lasse hier Mercalli erstmal arbeiten. Die Berechnung ist jetzt beendet. Das Ganze hat ungefähr 20 Minuten gedauert. Ich schaue mir das Ergebnis mal an. Hier sieht man schon, dass das Ganze wirklich gut stabilisiert worden ist. Das Problem kann jetzt sein, wenn ich Veränderungen mache, dass ich die komplette Analyse erneut durchführen muss. Das ist natürlich nicht weiter schlimm, denn es passiert ja mehr oder weniger im Hintergrund. Ich muss nicht dabei sein. Aber es kostet dennoch sehr viel Zeit. Dazu kommt, wenn ich weitere Filter auf den Clip lege, dann wird die Echtzeitfähigkeit von EDIUS eingeschränkt sein. Und ich muss das Ganze mit hoher Wahrscheinlichkeit erstmal ändern. Das ist kein allzu effektives Arbeiten. Wäre es dann nicht besser, wenn ich die Clips zunächst im Mercalli SRL analysieren und berechnen lasse und dann exportiere und die fertigen Clips zurück in EDIUS importiere. So, und genau das mache ich jetzt. Ich bin jetzt wieder in Mercalli SRL. Ich klicke hier oben auf hier klicken, um Medien zu öffnen. Und jetzt wähle ich die Clips einfach hier an und klicke auf Öffnen. Und sofort wurden meine Clips importiert. Da die Aufnahmen mit der gleichen Kamera aufgezeichnet worden sind, kann ich auch hier die identischen Werte einstellen. Ich markiere mir die Clips. Wähle hier bei der verwendeten Kameraoptik ohne Fischauge. Denn das Ganze wurde nicht mit einer Actioncam aufgenommen oder einem Weitwinkelobjektiv. Die Rolling Shutter Korrektur lasse ich auf jeden Fall aktiv. Wähle aber Standard. Und bei Kamerafahrtkletten wähle ich die universelle Kamera. Und alles, was ich jetzt machen muss, ist hier auf stabilisiertes Medium exportieren gehen. Ich bekomme hier angezeigt, dass 10 Dateien importiert wurden und für den Export bereitstehen. Ich kann hier ein Exportverzeichnis auswählen. Ich kann die Qualität bestimmen. Ich kann den Kamera-Codec bestimmen. Und hier ist hervorzuheben, dass ich den Chris Valley-Codec, der wird hier Canopus HQ und HQX genannt, anwählen kann. Damit erhalte ich dann auch sofort ein perfektes Format, um die Clips in EDIUS weiter zu bearbeiten. Ich klicke auf Export starten und jetzt beginnt der Export meiner einzelnen Clips. Und auch hier fällt auf, dass das Ganze deutlich schneller funktioniert. Noch ein Hinweis zu dem Codec. Ich hatte Ihnen ja bereits gesagt, die Videoclips liegen im AVC-HD-Format vor, also im H.264-Codec. Das ist ein Codec, der sehr stark komprimiert und EDIUS natürlich beim Schnitt auch dementsprechend belastet. Vereinfacht gesagt, können Sie sich das so vorstellen, ich habe keine 25 Bilder pro Sekunde, sondern 5 Vollbilder und der Rest ist Mathematik und muss in Echtzeit von EDIUS berechnet werden, damit der Videoclip dargestellt werden kann. Wenn ich das Ganze wandle in den Chris Valley-Codec, dann entsteht daraus ein sogenannter I-Frame-Only-Codec. Das bedeutet, jetzt habe ich wieder 25 Vollbilder pro Sekunde zur Verfügung oder dementsprechend, was mein Material im Original hatte. Und hier muss dann EDIUS nicht mal das Material entschlüsseln, also den Codec berechnen, um das Ganze darzustellen. Und das entlastet natürlich den Computer ungemein und damit erreichen Sie eine deutlich bessere Echtzeit. Und das unterstützt mich jetzt noch zusätzlich, denn im Prinzip ging es mir nur darum, die Clips vorab zu stabilisieren und die Clips dann stabilisiert weiter zu bearbeiten. Der Export ist gleich beendet. Ich stoppe trotzdem auch mal hier kurz die Aufzeichnung. Die Berechnung ist jetzt abgeschlossen. Ich könnte mir die Clips hier einzeln anschauen. Das erspare ich mir aber und wechsle direkt wieder in EDIUS. Hier importiere ich jetzt die Clips mit Datei hinzufügen. Ich markiere die 10 Clips, klicke auf Öffnen und ziehe sie direkt auf die Timeline. Der Vorteil ist jetzt, dass die Clips stabilisiert sind und durch den verwendeten Grass Valley Codec biete ich hier EDIUS die besten Voraussetzungen, um die allerhöchste Echtzeitfähigkeit zu erreichen. Schauen wir uns das dritte Praxisbeispiel an. In meinem dritten Beispiel geht es um die Verwendung von 4K-Material, bzw. um Material, was in einer höheren Auflösung im Original vorliegt, als es später in EDIUS geschnitten werden soll. Konkret habe ich hier ein Cinema 4K-Format mit 4096 auf 2160 Bildpunkten. Meinen Film werde ich aber nur in Full HD schneiden. Und jetzt kann ich mir die deutlich größere Auflösung des Originalmaterials zunutze machen. Konkret werde ich das Material in Mercalli S.A.L. stabilisieren und dann exportieren. Das Besondere daran ist aber, dass ich Mercalli hier nicht erlaube, in das Material hineinzuzugen. Denn das mache ich erst später in EDIUS, denn EDIUS arbeitet mit der Resampling-Methode in einer hervorragenden Qualität. Ich habe hier einen Clip, wie gesagt, bereits importiert. Ich habe zusätzlich einen Trim-Bereich markiert, denn ich brauche hier nur wenige Sekunden aus meinem Material. Ich spiele den Bereich einmal ab. Das sieht im Prinzip schon sehr schön aus, allerdings gibt es hier so eine kleine Rollbewegung. Und hier unten in dem Bereich der Felsen sieht man es auch ganz gut, dass das Bild doch noch deutlich verbessert werden kann. Die Rolling Shutter Korrektur lasse ich aktiv. Hier reicht mir die Standardeinstellung. Bei Kamerafahrt glätten werde ich die universelle Kamera. Die verwendete Kameraoptik ist jetzt hier in meinem Fall ohne Fischauge. Und als Besonderheit deaktiviere ich jetzt hier die Funktion Rand vermeiden. Dadurch erreiche ich die beste Stabilisierung. Allerdings werden jetzt hier schwarze Bereiche auftreten. Ich schaue mir noch mal die Einstellungen an. Hier achte ich darauf, dass bei bestes Stabilisierung mit Kantenfarben ausfüllen nicht aktiviert ist. Ich könnte hier den Grad der Skalierung noch anpassen. Und in meinem Fall mache ich das sogar auf 0, denn ich möchte ja erst später ein EDIUS skalieren. Und nun starte ich die Analyse. Hier die Diagramme zeigen übrigens an, welche Bewegung Mercalli SHL im Originalmaterial gefunden hat. Jetzt wurde hier Rand vermeiden wieder aktiviert, habe ich nicht darauf geachtet. Ich lege das nochmal aus. Und gehe hier mit der Skalierung auf 0, denn wie gesagt, ich möchte ja ein EDIUS skalieren. Und jetzt fällt schon auf, dass jetzt hier oben und hier auf der rechten Seite schwarze Bereiche entstanden sind. Diese Kippbewegung zeigt schon an, dass Mercalli hier bei Rollenausgleichen aktiv geworden ist. Ich gehe hier mal durch, bzw. ich spiele den Clip einmal ab. Da sehen Sie genau, was passiert. Diese schwarzen Bereiche sind natürlich unschön, aber da ich, wie gesagt, mit einem deutlich größeren Originalmaterial arbeite, als ich in den Projekteinstellungen verwenden werde, nämlich 4K in Bezug auf Full HD, ist das alles kein Problem. Ich gehe auf Exportieren. Achte wieder darauf, dass der Canopus Codec eingestellt ist. Und klicke auf Export starten. Und jetzt bekomme ich hier eine Fehlermeldung. Diese Fehlermeldung bekomme ich, da ich einen falschen Codec für das Material eingestellt habe. Denn unter Einrichten stehe ich hier auf dem Canopus HQ, bzw. Cress Valley HQ Codec. Und dieser ist nicht für 4K Material geeignet. Dieser arbeitet nur bis Full HD. Das ist aber kein Problem, denn hier unten finde ich den HQX Codec. Und wenn ich diesen einstelle und jetzt auf Export starten klicke, dann beginnt Mercalli SRL hier direkt mit dem Export. Ich wechsle jetzt wieder zurück zu EDIUS. Und hier importiere ich den gerade exportierten Tauchclip. Ziehe mir diesen auf die Timeline. Und spiele ihn auch mal hier ab. Jetzt sieht man schon sehr schön, wie die Taucherin hier stabilisiert worden ist. Sie schwebt quasi in der Bildmitte. Allerdings habe ich natürlich jetzt hier deutliche schwarze Ränder. Das bekomme ich aber ganz leicht in den Griff. Dazu öffne ich den Layouter. Und hier kann ich erkennen, dass ich nur rund 46% meines Materials benutze. Und jetzt mache ich das hier ganz einfach, indem ich das Bild hier vergrößere. Ich gehe hier mal mit der Maus durch, um zu schauen, ob noch irgendwo schwarze Ränder erscheinen. Nein, ich könnte sogar noch hier etwas kleiner sein. Da oben ist noch was. Also hier muss ich wieder ein bisschen größer gehen. Das könnte ich natürlich auch über Keyframes individuell anpassen, aber das ist in der Regel nicht notwendig. Und an dieser Stelle nochmal die Erinnerung, wenn Sie sich mit dem Layouter nicht so gut auskennen. Hier gibt es einen sehr guten Lernkurs, der alle Funktionen ganz genau beschreibt. Diesen können Sie bei Ihrem Fachhändler erwerben. Und ich möchte darauf hinweisen, dass ich jetzt hier nur bei rund 54% bin. Tatsächlich würden mir hier 100% zur Verfügung stehen. Ich gebe das mal ein. Also ich könnte sogar so weit in das Material hineinzoomen, ohne überhaupt einen Qualitätsverlust zu haben. Und das ist zum Beispiel genau der Vorteil, wenn Sie mit 4K Material aufzeichnen, aber nur in Full HD schneiden. Ich bestätige das Ganze mit OK und spiele den Clip einmal ab. Achten Sie jetzt gleich mal darauf, wie hervorragend der Clip stabilisiert worden ist. Das sieht wirklich gut aus. Und dadurch, dass ich den Clip im Criss Valley Codec vorliegen habe, könnte ich jetzt auch ganz flexibel mit Filtern noch arbeiten, ohne dass meine Echtzeitleistung hier irgendwie gefährdet wäre. Abschließend kann ich nur sagen, die Kombination aus den Plugins und der Standalone-Version bietet wirklich sehr viele Vorteile. Sie sollten sich auf jeden Fall auch mit dieser SRL-Version beschäftigen. Wir haben dazu ein Praxisbuch geschrieben, das alle Möglichkeiten Schritt für Schritt und ausführlich erklärt. Wenn Sie Ihr Material stabilisieren und korrigieren möchten, dann kann ich Ihnen nur empfehlen, dieses Praxisbuch zu erwerben. Es ist günstig und der Inhalt lohnt sich. Den Link zu diesem Praxisbuch finden Sie unterhalb von diesem Video. Wenn Sie Fragen haben, dann schreiben Sie mir oder meinem Team. Ich bin Thomas Wagner von der Filmpraxis. Ich bin Thomas Wagner von der Filmpraxis.